Ja, kipps zum Anden-Model. 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 Nee, du kommst hier einfach nicht rein. Aber hier... Ach, ich bin total... Nee, du kommst hier. Ja, kipps zum Anden. Ja, kipps zum Anden-Model. Na, scheiß Bruder hier, wa? Home-Service ist nix los. Total übertäuert. Und man wird im Bett beklaut. Eine? Eine Patrone? Nehme ich... Heavy Wool Sweater. Und äh... Muss ich natürlich direkt... Direkt äh... Heavy Wool Sweater. Heavy Wool Sweater. Der plus eins und gegen... Basic Wool Head. Heavy... Heavy Wool Sweater. Heavy Wool Sweater. Heavy Wool Sweater. Und das soll sie tun. Flair. Newspaper. Ein Stück Stoff. So. Workboots. 2 Kilo. 98 Prozent. Also, wenn ich jetzt überlege, wie es beim letzten Mal mit den Klamotten gelaufen ist. Boah, auch nochmal plus 1,9. Also da. Über 15 Grad nehmen wir der Umgebung weg. Und gibt es noch eine sauschwere Cherrikan. Boah. So, was sonst noch was mit den Tischen? Nee. Uhrzeit 15 Uhr. Gut, dann essen wir mal was. Haben wir irgendwo einen Riegel oder so? Granula Bar. Okay, reicht fürs Erste. Okay. 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 So, gibt es hier noch eine Bude. Ich habe gerade nicht vergessen, dass die ganze Nähe in den Wolf rumgelatscht ist. Ja klar, da hinten gibt es natürlich noch Hütten. Aber was die angeht, heute nicht mehr. Ah. Wo? Nein! Nein! Ich kriege es nicht auf die Reihe. Wo zum Geier kam der denn her? Alter! Und die Septikum. Äh. Bandage. Alter, wo kam der denn her? Also, jetzt bin ich bedient. Boah. Okay, ich muss mich wieder fangen. So, Gewicht, 26 Kilo. Boah. Boah. Ich hab's nur knurren gehört und das Geräusch kam irgendwie wie von überall. Also... Als würde er ihn kreisförmig mit 100 Schnauzen auf mich ein... knurren. Kann man die Axt eigentlich auch direkt equippen? Nee. Ich hoffe, der ist weit weg gerannt. Ich hoffe, der ist weit weg gerannt. nicht weit genug. Okay, und ein Seil kann ich da auch nicht mitnehmen. Okay. Dann... Dann... festgepackt. Dann tun wir es mal hier. Alter Schwede. Boah. Was? Jetzt, jetzt habe ich schon eine Axt und ich kriege immer noch nur Drecks-Tinder-Plax. Mein liebes Spiel. Du treibst ein mieses Spiel. Boah. Können wir hier eigentlich überhaupt irgendwo kochen? Ich glaube kaum, dass wir gehen wir mal nach oben noch mal. So. Also so, mir steckt der Wolf gerade immer noch immer noch im Gemüt. Und ja, es war ordentlich. 17 Uhr. Wie ist es denn um die Klamotten bestellt, die wir hier haben? Die wir anhaben. Das ist doch alles noch ziemlich hochwertig, ne? Ach, wir haben hier gar keine. Jo. Hm. So, aber wir haben nach jedem eine Zeitung. Verarbeiten wir die. Ach, ich kann auch das Klose-Bandage machen? Das wusste ich auch nicht. Hm. Okay. Aber in jedem Falle haben wir gute Klamotten. Richtig gut. Machen wir mal Inventur. Da haben wir ein Antisept, zwei Antisept, zwei Antisept, eine Bandage. Für den Drink haben wir eigentlich nur noch die Peaches, der Rest ist Drink. Materialien, ein Cedar, drei Klaus, zwei Leder, 17 Tinderblock. Tools, eine volle Laterne, ein Schnellanzünder, ein paar Flares, also mehr Flut, Sherrycan. Wiegt natürlich auch ordentlich was. Bad Roll. Vor allem, wenn wir zwei haben. Und eine Patrone. Ich muss jetzt noch mal was probieren. Also an dem dicken Holz Balken, Achtung Wolf, an dem dicken Holzbalken hat es ja mal nett funktioniert mit der Axt. Aber vielleicht ist es irgendwo in der Näherung und Umgebung vielleicht eine etwas interessantere Holzerntemöglichkeit. Ah, eigentlich auch alles nur massive Stämme. Ich darf jetzt hier wohl nicht wahr sein. Nein, ich bin nicht bereit, um sterben. Nein, ich bin nicht bereit, um sterben, um sterben, um sterben. Gut, nichtli. Ich bin nicht bereit, um sterben, um sterben, um sterben. Gut, nichtli.